Musik Gigantische Werbetafel bei Sturm auf Tankstelle gestürzt, 14 Menschen tot Mumbai, Indien, ein schreckliches Unglück erschüttert die indische Metropole Mumbai Bei einem heftigen Sturm stürzte eine riesige Werbetafel um und begrub zahlreiche Menschen unter sich Mindestens 14 Personen starben, 74 wurden zum Teil schwer verletzt Die 1300 Quadratmeter große Werbetafel hätte dort niemals stehen dürfen Als sie am Montagabend plötzlich umkrachte, verloren mindestens 14 Menschen ihr Leben Auf einem Video ist zu sehen, wie die mehr als 30 Meter hohe Metallkonstruktion im Wind bedenklich wankt in der Folge umkippt und eine Tankstelle unter sich begräbt Nach dem Unglück müssen dramatische Szenen geherrscht haben, berichtet Indian Express Augenzeugen schildern, wie Menschen in ihren Autos oder auf ihren Motorrollern erschlagen wurden Andere starben im völlig zerstörten Tankstellengebäude Viele Überlebende konnten erst nach Stunden aus dem Trümmerfeld befreit werden Hunderte Menschen waren zwischenzeitlich eingeschlossen Sprachen die Behörden zunächst von 8 Toten Musste die Zahl am nächsten Tag auf 14 korrigiert werden 74 Personen wurden zudem verletzt Havarierte Werbetafel war wohl ohne jede Genehmigung aufgestellt Ich ging von der Zapfsäule weg, um einen Anruf entgegenzunehmen und sah, wie die Tafel zusammenbrach Berichtet etwa der 17-jährige Varun, der seinen Scooter betanken wollte Sein Cousin Schuben hatte weniger Glück Er war für Stunden unter den Trümmern begraben und wurde mit einer schweren Rückenverletzung in ein Krankenhaus eingeliefert Inzwischen sieht sich der Betreiber der Unglücksreklame heftiger Kritik ausgesetzt Er soll das gigantische Schild ohne Genehmigung aufgestellt haben und die maximal zulässige Größe von 144 Metern auch noch deutlich überschritten haben Das ist ein股意ядiger Gründer der Unglücksreklame Und die unter der Erlende Dring-Hermlücke Das ist ein股意ertes Gründer der Unglücksreklame